Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. Seit ein paar Tagen ist Linux Mint 22 rausgekommen und es gibt wie immer drei verschiedene Varianten davon. Mit XFCE Desktop, mit Mate Desktop und mit Cinnamon Desktop. Und das Ganze gucken wir uns heute mal so ein bisschen an. Linux Mint, was ist das überhaupt? Letztendlich ist es eine Distribution, die auf Ubuntu basiert, in der neuen Version auf Ubuntu 24.04. Also auf dem, was im April von diesem Jahr rausgekommen ist. Und hat so ein paar Abweichungen. Zum Beispiel wird kein Snap als Paketformat standardmäßig unterstützt, worauf Ubuntu sehr stark fokussiert, aus sehr vielen Gründen. Und statt deswegen wird Flatpack, das ist quasi die Konkurrenz dazu, die ein bisschen freier ist, mit eingerichtet. Für die Software, die es unter Ubuntu nur als Snap-Paket gibt, erstellt das Linux Mint Projekt extra eigene Pakete oder greift auf andere Quellen zurück. Also für Firefox zum Beispiel, was es bei Ubuntu Plus im Snap-Format gibt, wird denn ein eigenes Paket im Debian-Paketformat erstellt, kompiliert und so weiter. Und das wird über die ganz normale Paketverwaltung über APT denn ausgerollt. Also mit Linux Mint habt ihr quasi ein Ubuntu ohne Snap. Es gibt noch sehr viele weitere Anpassungen am System, also ziemlich ähnliches Look and Feel, sag ich mal dazu, unter den verschiedenen Editionen, wobei es ja diese drei verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt. Und insofern ist es eigentlich eine ziemlich runde Distribution, die sich nicht nur an Anfänger und Einsteiger richtet. Ja, das ist eigentlich irgendwie was, wo jeder was mit anfangen kann. Die Projektseite ist linux-mint.com und wenn ihr da eine von diesen Editionen runterladen möchtet als ISO, bekommt ihr das Ganze hier drunter. Die Mindestanforderungen sind auch ziemlich moderat. Wir haben zwei Gigabyte RAM, was wir als Minimum brauchen. 20 Gigabyte Festplatte bzw. SSD Platz müssen noch frei sein und eine Auflösung von 1024x768. Damit sollte eigentlich jedes System, was in den gefühlt letzten 15 Jahren so verkauft wurde, linux-mintfähig sein. Wir brauchen allerdings eine 64-Bit-PC-CPU, also von Intel oder AMD. Von den Neuerungen her ist es eigentlich mehr oder weniger Produktpflege. Also es hat jetzt eine andere Basis. Statt dem Ubuntu 22.04 sind wir jetzt bei Ubuntu 24.04. Und damit werden natürlich viele Aktualisierungen von Ubuntu auch in Linux Mint direkt übernommen. Das Ganze hat eine LTS-Unterstützung, also eine Long-Term-Service-Unterstützung oder Support-Service. Also es wird lange unterstützt bis 2029. So lange gibt es dafür Updates. Vor allem Sicherheitsupdates sind eine wichtige Sache. Jetzt basiert das Ganze auf dem Linux-Körnel 6.8 und es sind halt sehr, sehr viele neue Bibliotheken und Anwendungen und sonst irgendwas, die aus Ubuntu mit dazugekommen sind, mit dabei. Eine kleine Neuerung dabei ist, dass wir jetzt die Sprachpakete schon direkt auf dem ISO haben. Also für Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Russisch, Portugiesisch, Niederländisch und Italienisch. Braucht man jetzt nicht mehr eine Internetverbindung, um diese Sprachen runterzuladen und dann im System zu integrieren. Das ist alles schon auf dem Installationsmedium vorhanden. Ist eigentlich eine ganz nette Sache. Ob man es jetzt braucht, ist wiederum was anderes. Aber es ist schon mal irgendwie ganz nett. Und um ein bisschen Platz zu sparen, werden alle Sprachen, bis auf die, die wir bei der Installation gewählt haben, und Englisch auch aus dem System wiederum entfernt, das spart nochmal ein bisschen Platz. Ansonsten ist diese Liste, die komplette Liste zu dem Release Wilma, zwar einerseits umfangreich, aber da waren jetzt keine Dinge drin, wo ich jetzt gedacht habe, oh wow, das ist jetzt komplett neu oder anders. Das sehe ich aber allerdings eher als Vorteil. Denn das Schöne daran ist eigentlich, dass es der Tradition von Linux Mint so folgt, dass nicht alles durcheinander geworfen wird. Jetzt probieren wir mal komplett was Neues aus mit den ganzen Problemen, die das bringt. Also die bleiben ihrer Schiene treu. Insofern habt ihr da weniger Probleme beim Installieren, beim Zurechtfinden im Desktop und so weiter. Also es sollte quasi alles wieder so sein wie vorher, bloß in neuer. Ja, einen habe ich mir dann doch nochmal rausgeguckt. Das ist Gnome Online Accounts GTK. Also bei dem Ubuntu gibt es irgendeine kleine Anwendung, die dann fragt, sollen wir jetzt das System mit, was steht da drin? Ich nutze es nicht. Mit Nextcloud steht da glaube ich drin, vielleicht mit Google verbinden oder mit irgendwelchen anderen Online Diensten. Das ist sehr stark dort auf Gnome zugeschnitten. Damit hat das Linux Mint Projekt ein Problem, weil dort beim Gnome Projekt Designentscheidungen unter anderem getroffen wurden, mit dem Linux Mint nicht so zufrieden ist. Von daher gehen die einen eigenen Weg. Und daher haben die jetzt auch eine Anwendung geschrieben, die so ähnlich ist wie diese Gnome Online Accounts Anwendung. Aber die ist ein bisschen anders. Also die ist nicht so stark mit dem Gnome Universum verdrahtet. Und das heißt dann halt Gnome Online Accounts GTK. Wenn euch das interessiert, was es noch alles da gibt, da stehen sehr, sehr viele Details mit drin. Vielleicht ist da irgendwas drin, was euch direkt anspricht, um euch das alles mal so ein bisschen zu zeigen oder beziehungsweise ich habe mir das auch noch nicht angeguckt. Das ist wieder so eine von den Folgen. Ich gucke mir das mal so an. Ich habe zwar schon hin und wieder mal so ein Linux Mint in der Hand gehabt, aber noch nicht in der Version 22. Von daher entdecke ich das so ein bisschen mit euch zusammen. Ja, also ich habe mir drei verschiedene virtuelle Maschinen installiert. Also einmal mit Marte. Also es steht immer oben, was ich da gerade anzeige. Dann haben wir hier Cinnamon und XFCE. Insgesamt fällt dabei auf, dass die alle sehr ähnlich aussehen. Also das ist auch etwas, was Linux Mint immer gerne möchte, dass die einzelnen Desktop-Umgebungen relativ ähnlich aussehen, egal was für eine Technologie da drunter liegt. Also darauf legen die extrem viel Wert und das sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Dann würde ich mal gucken, nehme ich mal mir hier den Marte-Desktop raus. So, jetzt sehe ich den selber. Also wir haben natürlich diesen Begrüßungsdialog. Da gibt es auch Informationen, erste Schritte, was man damit machen kann, Farben setzen, Systemstabschüsse einrichten, um das System abzusichern, falls da irgendwie mal was schief gehen sollte, dass man dann wieder zu einem älteren Stand zurückgehen kann. Praktische Sache. Wenn ihr jetzt spezielle Treiber braucht, zum Beispiel für Nvidia-Grafikkarten, gibt es hier die Treiberverwaltung und da geht ihr dann auf Start drauf und könnt die nachinstallieren. Und wichtiger Punkt ist natürlich, dass man ein System auch aktuell hält. Also hier gibt es die Aktualisierungsverwaltung. Gucken wir gleich auch nochmal rein. Und der Hinweis ist, es gibt dieses Schild-Symbol hier unten und da sagt mir der schon mit diesem rot-orangenen Kuller, es sind Aktualisierungen verfügbar. Das solltet ihr häufig machen, damit ihr wirklich auf dem aktuellsten Stand bei der Software seid, um irgendwelche Fehler auszumerzen beziehungsweise Sicherheitsprobleme zu korrigieren. Der fragt jetzt erstmal, ob ich einen lokalen Spiegel-Server verwenden möchte. Können wir einmal durchgehen. Ja, möchte ich. Dann muss ich einmal mein Passwort für den Benutzer, den ich gerade verwende, nochmal eingeben. Denn standardmäßig ist bei mir jetzt hier eingestellt, die Pakete kommen aus den USA. Also die Linux-Mint-Pakete kommen aus den USA und die Ubuntu-Pakete laut Kennung hier aus England. Ist ein bisschen weiter weg. Von daher gehen wir da einmal drauf. Also einfach anklicken. Und dann haben wir hier eine Liste mit verschiedenen Ländern und verschiedenen Spiegel-Servern. Das sind Server, die von Universitäten, von Firmen oder sonstigen betrieben werden und wo die ganzen Software-Pakete drin sind, die man unter Linux-Mint oder Ubuntu so hat und die man installieren kann. Und hier läuft jetzt gerade so eine Geschwindigkeitsprüfung, wie schnell das Ganze ist, wenn ich jetzt darauf zugreife. Wobei das eigentlich zu langsam ist. Ich weiß nicht genau, was die da messen. Aber wenn da ein Wert steht, dann ist das schon mal gut. So, ich nehme jetzt einfach mal den hier. Anwenden. Und sage ich nochmal OK hier. Dann werden jetzt diese Paketinformationen von dem neuen Server, von diesem Mirror runtergeladen. Damit mein System auch weiß, aha, das Paket XY gibt es auf dem Server in der Version. Dann machen wir das Ganze auch nochmal für die Basis hier, für das Jemmy. Da nehme ich jetzt einfach mal irgendein, zum Beispiel die Freie Universität Berlin, habe ich jetzt mal genommen. Und dann mache ich das nochmal. Und hat leider nicht geklappt, warum auch immer. Dann nehme ich nochmal was anderes. Vielleicht das hier mal. Ja, OK. Das geht. OK. Also es kann sein, dass irgendeiner gerade mal nicht funktioniert. Und ich wollte jetzt nicht warten, bis diese Geschwindigkeitsüberprüfung einmal durchgelaufen ist. Da diese Informationen jetzt runtergeladen werden, könnte ich das hier jetzt schon mal dicht machen. Ich kann auch, wenn ich das für irgendwas bräuchte, Quellcode-Pakete auch noch mit aktivieren, sodass ich die runterladen kann. Das braucht ihr aber sehr wahrscheinlich nie. Es sei denn, ihr wollt selbst an Paketen rumentwickeln oder eigene Patches einspielen, um die Pakete auf eurem System neu zu kompilieren. Aber üblicherweise braucht man das nicht. Genauso wie Fehlersuchsymbole, also Debugging-Symbole, sodass man analysieren kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Braucht ihr eigentlich auch nicht. Und instabile Pakete von Romeo. Ja, da sind wahrscheinlich Testversionen von den kommenden Linux-Mint-Paketen drin. Braucht man üblicherweise nicht. Dann könnte man hier bei PPAs auch noch zusätzliche Paketquellen hinzufügen, die nicht direkt zu Linux-Mint dazugehören, die von irgendwelchen externen Projekten gepflegt werden. Und dann hat man zusätzliche Software, zum Beispiel KDN Live, also eine Videoschnittsoftware. Da kann man ein PPA dazu bauen, sodass man von dem Projekt immer die aktuellste Softwareversion kriegt. Das brauchen wir jetzt allerdings auch noch nicht. Also von daher auch wieder zu. Und dann kann man hier sagen, die Aktualisierung anwenden und nochmal Passwort eingeben. und dann wird das runtergeladen, installiert, gemacht, getan, eingerichtet. Bei einigen Aktualisierungen braucht ihr Neustart. Also wenn die Hauptkomponente, der Kernel, ausgewechselt wird, dann müsst ihr Neustart machen. Ansonsten braucht ihr den üblicherweise nicht so. Das hat jetzt erstmal dieses Mint-Update aktualisiert und danach hat es erst gerechnet, welche verschiedenen Aktualisierungen es gibt. Hier gibt es 94 Stück und wir müssen 706 MB unterladen. So viel zusätzlichen Platz braucht es natürlich nicht auf der Festplatte, aber das ist das, was durch eure Internetleitung erstmal durch muss. Ja, danach hier auf Aktualisierung klicken und dann läuft das los. Mach ich jetzt nicht, das dauert fürs Video einfach zu lange und ja, ist irgendwie selbsterklärend. Wenn wir uns das Ganze jetzt auch nochmal angucken unter dem, Moment, muss ich selbst gucken, XFCE. Also die sehen wirklich alle sehr gleich aus. Also alles, was im prinzipiellen Unterschied wäre, so eigene Icons und grafische Gestaltung, das hat das Linux Mint-Projekt insofern bei allen gleichgezogen. Von daher, man sieht es nicht. Von daher muss ich manchmal wirklich gucken, weil es nirgendwo wirklich richtig steht. Also gucken wir auch da nochmal. Also es sieht genau so aus. Und das ist auch Sinn der Sache. Es soll überall möglichst gleich aussehen. Und bei dem einen System habe ich vielleicht schon mal ein Update gemacht, beim anderen noch nicht. Also von daher, ich kriege hier ja nicht dieselbe Liste. Aber im Prinzip ist es überall dasselbe, weil wirklich dasselbe in dem Fall auch drunter liegt. Da wir die Cinnamon Edition bis jetzt noch nicht hatten, würde ich da jetzt einfach mal weitermachen. Da gehe ich auch wieder auf Erste Schritte und dort gibt es hier Systemeinstellungen. Das ist dieser Konfigurationsdialog, wo man alles Mögliche im System einstellen kann. Also sowas wie das Erscheinungsbild, Hintergrundbilder, Schriften, die verwendet werden sollen, Farbthemen. Dann hier sowas wie Datenschutz, Datum und Uhrzeit einstellen und sehr, sehr viel noch mehr Geräte konfigurieren. Zum Beispiel für die Bildschirmauflösung. Ja, das haben wir hier in der Cinnamon Edition. So, ich mache das einmal groß. Dann möchte ich als nächstes bei Marte. Da sieht das anders aus. Also rein optisch. Also von so nach so. Viele Punkte finden sich wieder, andere sind einfach anders. Also ich habe hier zum Beispiel unter Geräte Bildschirm und dann habe ich hier unter Geräte auch Bildschirm. Wenn ich da einfach mal draufgehe, dann habe ich so einen Dialog hier und wenn ich dasselbe bei Marte mache, dann habe ich hier von der Art her dasselbe, sieht anders aus, macht auch quasi dasselbe, aber man sieht schon den Unterschied, dass da was anderes drunter liegt. Einmal so, einmal so. Die Bibliotheken, die die grafische Darstellung generieren, die sind halt anders. Also es ist eine andere Basis, die da drunter liegt und insofern es sieht anders aus, aber in vielen Fällen haben sie die Dialoge versucht, so gleich wie möglich umzusetzen, damit man, wenn man jetzt von der XFCE Version auf Cinnamon wechseln wollen würde oder auch von XFCE zu Marte oder irgendwie durcheinander, dass man sich sofort irgendwie zurechtfindet, dass das kein großer Unterschied in der Benutzung ist. Eine Neuerung, die eher unter der Haube stattfindet, ist die neue Angabe für die Paketquelleninformationen, also was man unter etc.apt sources list und dann wahrscheinlich hier drin hat, genau, official. Das sieht ja sogar so aus, wie es eigentlich immer gewesen ist. Das ist ja noch gar nicht dieses neue Format. Von daher ist jeder Eintrag hier nur eine Zeile lang. Also bei dem neuen Format würde man das in mehrere einzelne Teile aufbrechen, die jeweils eine einzelne Zeile bekommen. Und dort steht dabei, was der einzelne Eintrag zu machen hat. Das ist so ein bisschen beschreibender im Gegensatz zu dem, was wir hier haben. Das setzt sich erst mal so zusammen, dass wir hier eine Basisangabe haben, wo die Pakete grundsätzlich zu finden sind. Also in dem Fall stellt die TU Chemnitz die Pakete bereit und dort gibt es auf dem Server, den sie bereitstellen, ein Verzeichnis, was Linux heißt und gibt es ein Unterverzeichnis, was Ubuntu heißt. Der nächste Punkt hier ist die Code-Version von dem Ubuntu, das heißt jetzt Noble in der Version 24.04 und da gibt es nicht nur das Noble allein, da gibt es auch Updates, also Pakete, die aktualisiert werden und dann gibt es nochmal Backports, also Pakete, die aus einer zukünftigen Ubuntu-Version kommen und zurückportiert werden, sodass man im System auch neuere Pakete hat, die so eigentlich nicht vorgesehen sind, aber die zurückportiert werden. Dann haben wir hier mit Main, Restricted, Universe und Multiverse noch die Angaben, aus welchen einzelnen Zweigen das kommen soll. Main enthält nur freie Software, da ist das überwiegende Gro auch drin. Dann haben wir hier Restricted, Universe, Multiverse, Restricted, das hat auch nicht freie Komponenten mit drin, also ist wie Nvidia-Treiber. Und dann haben wir noch Universe und Multiverse, das ist so ein bisschen abnehmende Qualität, also dort wird weniger getestet, aber die möchte man eventuell auch haben, weil da doch manchmal Sachen drin sind, die man braucht. So setzt sich das prinzipiell zusammen und bei diesem DEP 822 Format würde das nicht nur jeweils eine Zeile sein, sondern es würde gleich mehrere Zeilen geben. Haben Sie angekündigt, dass es unterstützt wird, aber es wird hier eben nicht direkt verwendet. Mit dem Installieren von Paketen sieht es dann auch ähnlich aus. Da haben wir jetzt die Anwendungsverwaltung. Hier bin ich jetzt gerade mal auf Mate. Ich denke mal, das sieht bei den anderen auch wiederum genauso aus. Das wäre jetzt Cinnamon. Neben freien Anwendungen gibt es eben auch andere, die nicht frei sind, also sowas wie Skype oder wie Zoom und Telegram und so weiter und so fort. Und man sieht hier unten, dass das aus FlatHub kommt. Das ist das Paket Repository, die Paketquelle für diese Flatpakete, die ähnlich funktionieren wie Snap und die installieren quasi neben dem eigentlichen System eurem Ubuntu mit Linux Mint Paketen noch mal eine zusätzliche Paketbasis oben drauf mit zum Teil denselben Bibliotheken oder in anderer Version für diese Software, die als Flatpak ausgerollt wird, damit die funktioniert und so eine Umgebung, das ist eine Sandbox. Also es ist so ein abgeschotteter Bereich, worin das Ganze läuft und darum braucht es denn eigene Bibliotheken dazu. Und das sollte durch diese Flatpaks auch aktualisiert werden, wenn es aktualisiert werden soll. Also von daher haben wir eine wunderbare Welt der Auswahl mit sehr vielen einzelnen Programmen, die man nachinstallieren kann. Einige sind hier jetzt vorgestellt. Man kann jetzt auch gucken, Büroprogramme, dann bekommt man jetzt hier eine Liste mit verschiedenen Büroprogrammen, aber man kann natürlich auch direkt hier oben suchen. Wenn ich jetzt einmal LibreOff eingebe, dann bekomme ich die Pakete, die LibreOffice im Namen enthalten. Und zum Teil sind die schon installiert, da ist ein grüner Haken bei. Oder wenn ich jetzt hier die Büroprogrammsammlung LibreOffice haben möchte, dann wähle ich das hier an und da steht in Klammern dabei, das ist ein Metapaket. Metapakete sind Softwarepakete, also Debian-Pakete, die allerdings keine Software enthalten, sondern auf andere Pakete verweisen. Zum Beispiel LibreOffice Kalk und diese ganzen anderen Sachen. Wenn ich das jetzt mal nehme, dann rüdet das hier ein bisschen rum und hier unten steht auch schon gleich drin, was da noch mit dazu kommt. Und da kann ich sogar auswählen, von wo ich das LibreOffice-Paket beziehungsweise diese Paketsammlung haben möchte. Systempaket wären die über Debian-Pakete ausgerollten Pakete, die von Linux Mint direkt kommen. Und da haben wir jetzt die Version 7.3.7. Oder wenn ich jetzt bei FlatHub hier draufgehe, dann dauert das auch wieder ein bisschen. Da haben wir jetzt die Version 24.2.5.2. Ja, lässt sich jetzt schwer vergleichen. Und man sieht auch, der Umfang ist ein anderer. 1,4 GB runterladen und 4,3 GB Speicher wird benötigt bei der FlatHub-Version. Denn das erste Mal, wenn man so ein FlatHub-Paket runterlädt oder so ein Flatpack-Paket runterlädt, dann müssen in diese ganzen zusätzlichen Bibliotheken, die nochmal zusätzlich runtergeladen werden, auch wenn es eine ähnliche Version auf der Platte schon gibt. Und das braucht den Platz. Also jedes weitere Flatpaket, was ihr runterladet, was ähnliche Bibliotheken braucht, das lädt nicht nochmal so viel wieder runter, weil das ja schon da ist. Aber am Anfang sieht das ganz schön viel aus und es ist immer die Frage, ob man es braucht. Also die Pakete, die über Flatpack kommen, sind üblicherweise auch neuer als die, die im Systempaket ausgerollt werden. Aber das ist auch Sinn der Sache. Mit den Systempaketen habt ihr eher Ruhe im System. Da werden Sicherheitslücken korrigiert, allgemeine Fehler korrigiert, aber es werden keine Versionssprünge gemacht. Von daher seid ihr ziemlich sicher, dass das System, was ihr heute runtergefahren habt, morgen hochfährt, dass es wieder genauso funktioniert und genauso aussieht wie am Tag zuvor. Das ist das Feine dabei. Das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie ihr gesehen habt, ist es eine sehr unaufgeregte neue Version. Also ich hatte auch gar nicht wirklich so viel zu zeigen. Ich habe jetzt nebenbei auch mehrfach da das Dokument von den Linux Mint-Machern durchgeguckt, wo drin steht, was ist neu. Aber es ist nicht wirklich viel, was man jetzt so toll hervorheben könnte, weil sie wirklich sehr viel Produktpflege betrieben haben, ohne alles umzuwerfen. Finde ich immer eine tolle Sache. Unaufgeregte neue Version. Finde ich toll. Genau, wenn ihr ein bisschen mehr dazu wissen wollt, könnt ihr auch beim Kollegen bei Linux Guides nachgucken. Der hat so eine Einführung gemacht, wie man erste Schritte macht, wie man die Installation macht und so weiter und so fort. Guckt da gerne vorbei. Ansonsten natürlich macht das Ganze nach. Installiert so ein Linux Mint mal in einer virtuellen Maschine oder auch gerne auf einem alten Rechner, den ihr sowieso nicht mehr braucht und guckt einfach mal, wie gut das dort funktioniert. Auf älteren Systemen würde ich eher zu Mate und XFCE raten. Von daher probiert es gerne aus. Lasst es bleiben. Ansonsten natürlich Glocke drücken, abonnieren und bis dann. Und tschüss.